Hallo und herzlich Willkommen zum Quick-Access Video der Sehburg AG. In diesem Video möchten wir einen kurzen Blick auf unseren Invoice Delivery Service werfen. Durch das Steuervereinfachungsgesetz von 2011 wurde die elektronische Rechnung der Papierrechnung grundsätzlich gleichgestellt. Eine aktuelle Gesetzesvorlage von Juri 2016 hat zur Folge, dass öffentliche Verwaltungen in Zukunft nur noch elektronische Rechnungen akzeptieren werden. Eine jährliche Wachstumsrate von 20% bekräftigt, die elektronische Rechnung ist europaweit auf dem Vormarsch. Der Rechnungssteller spart 6,60 Euro pro Rechnung durch wegfallende Druck- und Versandkosten. Der Rechnungsempfänger reduziert seine Kosten sogar um 11,20 Euro pro Rechnung dank einer schnelleren und fehlerfreieren Rechnungsverarbeitung. Alles in allem können im Vergleich zur Papierrechnung 60 bis 80% eingespart werden. Der Cloud-basierte Invoice Delivery Service sorgt für die automatisierte Zustellung Ihrer ausgehenden Rechnungen. Der Service kann einfach an Ihre Rechnungsanwendung angedockt werden und unterstützt die Formate PDF und Zugwert. Zugwert ist ein standardisiertes Format für elektronische Rechnungen. Die Rechnungsempfänger werden per E-Mail benachrichtigt. Die Rechnungszustellung selbst erfolgt wahlweise über einen gesicherten Download-Link in der E-Mail oder als Anhang. Sowohl für den Rechnungsempfänger als auch für den Rechnungssteller besteht außerdem die Möglichkeit, die Historie der zugestellten Rechnungen einzusehen. Ihre Kunden erhalten eine Benachrichtigungs-E-Mail, in der die Rechnung als Anhang oder als sicherer und verschlüsselter Download-Link bereitgestellt wird. Falls Ihre Kunden sich noch nicht an der C-World Cloud registriert haben, enthält die E-Mail einen Registrierungs-Link. Die Cloud kann an das Corporate Design Ihres Unternehmens angepasst werden. Im Rechnungseingang können die Kunden bereits erhaltene Rechnungen ansehen oder direkt herunterladen, einzeln oder gesammelt. Über eine Filterfunktion können Ihre Kunden Rechnungen beispielsweise für einen bestimmten Zeitraum oder einen bestimmten Absender abrufen. Auch bei einem hohen Rechnungsvolumen lässt sich dank der schnell und erweiterten Suche der Überblick behalten. Um bei der Suche zukünftig Zeit zu sparen, lassen sich Suchprofile erstellen und abspeichern. Als Rechnungssteller steht Ihnen im Rechnungsausgang eine empfängerübergreifende Sicht aller gesendeten Rechnungen zur Verfügung. Auch hier können Sie filtern und komfortabel suchen. Sie können den Download-Status einer Rechnung einsehen, falls die Rechnung via Seeburger MFT-Link versendet wurde. In den Einstellungen legen Sie fest, wie der Text und die Signatur Ihrer E-Mail an Ihre Kunden standardmäßig aufgebaut sind. Ihre Vorteile Durch den Betrieb in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren in Deutschland und den Einsatz unserer Managed File Transfer Technologie werden Ihre Daten verschlüsselt übertragen. Daher können Sie auch sensible Rechnungsdaten senden. Und das Ganze ohne Dateigrößenbeschränkungen. Das bietet Ihnen Sicherheit. Sie können elektronische Rechnungen künftig auch solchen Empfängern senden, denen Sie bisher Papierrechnungen zustellen mussten. Die Rechnungsempfänger können den Service sofort nutzen und müssen nicht zusätzlich in Hard- oder Software investieren. Dies bringt auf beiden Seiten Ersparnisse. Sowohl Sie als auch Ihre Kunden können jederzeit die Historie der Rechnungen einsehen. Sämtliche Zugriffe auf die Rechnungen werden protokolliert. Dies erhöht die Transparenz. Der Invoice Delivery Service ist ein neues Angebot der Seburger Cloud. Haben Sie noch Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Unser Team berät Sie gerne und findet gemeinsam mit Ihnen das richtige Tool für Ihre Aufgabenstellung. Bis bald und auf Wiedersehen in der Seburger Cloud.